Grüezi miteinander, ich bin Urs Alkertalm und wir befinden uns hier am Restaurant Permet, mitten im Zentrum von Schaffhausen. Ich habe heute einen Gastkoch mitgenommen, den Luigi. Schau, ob er hier ist. Luigi ist ein italienischer Vogel. Luigi! Pronto! Si! No, dentro! Ich denke gerade am Kochen, siehst du doch. Das müssen wir abstellen, das brennt ja etwas an da hinten. Hast du jetzt angestellt? Ja, den kannst du auch wieder anstellen. Du Luigi! Ja, was willst du wissen? Ich habe nicht viel Zeit, ich muss nachher wieder kochen gehen. Hör mal, du gibst dir den Bauchrentnachkurs. Ja genau, willst du eine Duchen? Nein, jetzt. Im Ernst, was lernt man denn daraus? Na, du lernst die Litte nicht dägen, die Tutte richtig halten und auf der Dünne muss es ja auch gar anderes sehen. Muss gut daraus sehen, ok? Und so eine Stimme, die ich eingehalte, die kriegst du nicht einfach so auf der Straße. Wunderbar. Und so noch einmal da? Ja, da haben wir dann mit so einer Puppe. Ja, es kommt in oder auch schon, dass du dich fragen wirst, die Tutte. Ok. Und was muss man etwas Spezielles mitnehmen? Für den Tauchrednern-Kurs musst du den Tauch nicht nehmen. Ist das so gelesen? Sonst geht es nicht. Ja, jetzt, im Ernst. Und ähm, das ist ein Schafuser. Ja? Ja, in die Restaurant, die Termine. Ich kann auch zu ihm nach Hause kommen und dort den Kurs erhalten. Und wer hat denn so einen Kurs? Einen Tag lang? Also, jetzt circa fünf Stunden brauchen sie da für diesen Kurs. Ok. Und du gehst dann einzeln und guppeln und durch. Ja, genau. Das ist richtig. Sie können alleine kommen und in eine Gruppe. Das ist kein Problem. Ok. Lass ich da sitzen? Nein, da habe ich momentan. Ich muss hier in die Küche. Ja, noch viel zu tun hat. Eine Gruppe Italiener kommen noch. Solange es da geht, die ist, ne? Ok. Ariadianci. Ja, meine Damen und Herren, das war der Luigi. Er ist Gastkoch bei uns. Und uns beiden würde es natürlich mal freuen, wenn sie ihn aus der Fusse finden. Und so einen Bauchredner-Kurs würde besuchen. Merci.